Liebe Trader, einen schönen Nachmittag darf ich euch wünschen. Herzlich willkommen zum Webinar heute. Ganz kurz zu Beginn, bevor ich loslege, wie immer die Frage, hört man mich? Ist das Bild da? Könnt ihr mir das ganz kurz bitte sagen? Ja, perfekt. Vielen Dank. Das war schnell, gut vorbereitet. Perfekt. Sehr gut. Ja, schön, dass ihr es geschafft habt. Spannende Woche, spannender Abend liegt ja auch noch vor uns. Wir haben heute die US-Zinsentscheidung. 25 Basispunkte werden erwartet, wird natürlich auch richtungsentscheidend sein für die Märkte. Wir hatten zum Beispiel jetzt auch bei den Technologiewerten, da werden wir heute auch spannende Werte entdecken, die sich heute zum Beispiel dem schwächeren Gesamtmarkt entgegenstemmen können, was eben auf diese genau, diese Pivotal News Points zurückzuführen ist und um die es heute auch geht. Aber wir hatten zum Beispiel im Nasdaq schon den stärksten Monat, den stärksten Januar seit 22 Jahren. Jetzt wird es halt auch spannend sein, ob diese Rallye weitergehen kann. Genau, wir schauen uns eben an Pivotal News Points. Was ist das? Was hat das mit der Berichtssaison zu tun? Und warum sollte man genau jetzt vor allem auf Aktien achten, die genau diese Schlüsselereignisse, diese Kaufpunkte, wie man sie auch nennen kann, generieren können? Ja, Disclaimer zu Beginn muss auch kurz sein. Wir sprechen auch über Einzelwerte, die sich jetzt für Trading Manöver anbieten. Da aber bitte nicht als Tipp oder Empfehlung unsererseits verstehen. Bei TraderFox gibt es keine Anlageberatung. Wir wollen Inspirationen liefern. Wir wollen zeigen, wie finden wir spannende Aktien. Warum sind sie aus unserer Sicht gerade spannend? Wenn wir Eigenpositionen haben, sagen wir das dazu als Redakteure. Auch das wird bei mir heute wahrscheinlich öfter vorkommen. Ja, und wie gesagt, bitte vor allem auch unterscheiden Trading Szenarien. Ein Pivotal News Point ist ganz klar ein Einstiegspunkt für einen Trade, wo man auch eine gewisse Risikotoleranz mitbringen muss. Das heißt, hier sind es keine Investments, keine Aktien zum Kaufen und Liegenlassen. Teilweise wirklich Aktien auch mit höheren Bewertungen, wo man dann aber gezielt nach Nachrichten ein bestimmtes Szenario spielen möchte. Und das führt uns jetzt schon zu diesen Pivotal News Points. Ich lege gleich los. Was ist das und was sind die Vorteile dieser Punkte? Also gerade jetzt in der Berichtssaison entstehen diese Punkte sehr häufig. Wir haben das eigentlich nahezu täglich. Bestes Beispiel, Quartalserwartungen der Analysten werden übertroffen. Und diese Punkte entstehen vor allem eben dann, wenn Erkenntnisse rauskommen, besseres Umsatzwachstum, Gewinnwachstum als erwartet, das vor allem die mittelfristigen Annahmen der Analysten zu pessimistisch erscheinen lässt. Das heißt, irgendwelche Wachstumsannahmen sind plötzlich zu konservativ. Das kann darauf zurückzuführen sein, dass die Nachfrage nach Produkten zunimmt, dass ein neues Produkt zum Beispiel zündet und jetzt das Wachstum ankurbelt. Es kann aber natürlich auch politische Gründe haben, wie zum Beispiel Subventionen in den USA immer wieder letztes Jahr auch gehabt, den Inflation Reduction Act, Solarwerte hat das beflügelt. Auch das können sogenannte Pivotal News Points sein. Auch neue Aufträge, Veränderungen im Management, Buy-Ratings der Analysten. Aber wir konzentrieren uns heute vor allem auf Pivotal News Points, die nach Quartalszahlen entstehen. Und da eben werden fundamentale Treiber plötzlich aktiv, die eine Aktie auch dann beflügeln können, wenn der Gesamtmarkt eben schwächer ist. Auch heute sehen wir das mit praktischen Beispielen dann sehr gut. Da gibt es wirklich Aktien, wo zum Beispiel erst besser, also gestern erst bessere Zahlen rausgekommen sind. Und diese Aktien sind auch heute wieder teilweise 2-3% im Plus, während der Nasdaq jetzt gerade noch einen halben Prozent im Minus ist. Und diese Punkte lassen sich eben gezielt finden und da schauen wir uns an, wie wir das machen können. Der Vorteil aber dieser Punkte ist jetzt eben dieses erwähnte Eigenleben. Das heißt wirklich, es können neue Rallye-Bewegungen starten, weil jetzt ganz neue Erkenntnisse erst hineinkommen, die der Markt so noch nicht am Schirm hat, nicht berücksichtigt haben kann, weil eben die Nachfrage stärker als erwartet anzieht zum Beispiel. Und das kann man auch charttechnisch sehr gut erkennen, dass solche Punkte entstehen. Nämlich meistens dann, wenn Aktien schon vorbörslich im Plus notieren und dann zum Handelsstart in den USA zum Beispiel oder auch natürlich in Deutschland mit einem Aufwärtsgap in den Handel kommen. Das sind dann oft 3, 4, 5% oder teilweise sogar zweistelliger Bereich. Und da ist das Problem, dass sich viele Trader von diesen Anstiegen schon im Vorhinein abschrecken lassen. Und oftmals ist das aber ein Fehler, weil genau dieser Anstieg erst der Startpunkt für eine neue Rallye-Bewegung ist. Da kommen eben diese neuen Erkenntnisse, die Aktien beginnen sich jetzt erst zu entkoppeln vom Gesamtmarkt und das ist dann oft eben dieser Startpunkt der neuen Aufwärtsbewegung. Man muss da natürlich auch ein wenig Fingerspitzengefühl haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, solche Punkte auch zu handeln. Aggressive Varianten, konservativere Varianten, da zeige ich auch gleich praktische Beispiele her, wie das aussehen kann. Man muss im Endeffekt aber dann einen Schritt weiter gehen. Das Screening kann man charttechnisch sehr gut durchführen. Also mit diesem Aufwärtsgap erkennt man diesen Schlüsselpunkt, wenn Aktien loslegen können. Dann muss man aber weiter recherchieren, wo sind die fundamentalen Treiber, was steckt genau dahinter, wie gut sind diese Nachrichten tatsächlich. Und anhand dieser Erkenntnisse muss ich dann entscheiden, kaufe ich sofort, warte ich noch ab, wie aggressiv bin ich bei der Positionierung, aber das ist dann eben, wie gesagt, Level 2, sage ich mal. Wir schauen uns zunächst mal an, wie wir diese Punkte überhaupt finden können und wie sie überhaupt aussehen. Genau, es gibt wie gesagt drei verschiedene Arten, diese Punkte auch zu handeln. Charts kommen gleich, damit man sich das auch praktisch vorstellen kann. Ich erzähle es trotzdem ganz kurz. Wie gesagt, man kann direkt zur Handelseröffnung kaufen. Beispiel, Aktie kommt mit 5% Aufschlag hinein, nach guten Zahlen. Dann kann ich direkt eine Position aufmachen und darauf setzen, dass diese Aktie weiterläuft, akkumuliert wird, dass die Investoren überzeugt sind, auch kaufen und dieser Kurs nach oben getrieben wird. Muss ich natürlich abwägen, wie überzeugt bin ich von diesen Nachrichten? Bin ich sehr überzeugt? Ist zum Beispiel auch eine starke Prognoseanhebung dahinter? Dann kann ich das gerne mal auch riskieren. Der Vorteil auch an diesen Pivotal News Points ist, ich bekomme sofort ein Feedback vom Markt, ob ich richtig liege oder nicht. Weil wenn dieser 5% Aufschlag abverkauft wird komplett, naja, dann liege ich vielleicht mit meinen Überlegungen falsch und muss eben überdenken, ob ich die Reißleine ziehe oder nicht. Und das bringt mich jetzt eben auch wieder zu diesem Trading. Also nicht den Fehler machen, diesen 5% Aufschlag kaufen und dann diese Aktie einfach liegen lassen. Weil jetzt bin ich ja schon 5 oder 10% wieder hinten. Jetzt ist es eh schon egal, die Aktie muss ja wieder steigen, weil die Nachrichten waren ja gut. Bitte diesen Fehler nicht machen. Wirklich auch das Risiko begrenzen. Vor allem wirklich, wenn es hochbewertete Wachstumsaktien sind. Das muss man immer wieder dazu sagen. Wenn man eben nicht überzeugt ist und sagt, ich will nicht sofort kaufen, dann kann man auch sehr gut folgende Konsolidierungen abwarten. Oftmals steigen Aktien vielleicht 2, 3 Tage oder mehr und bilden dann aber wieder in Form einer Verschnaufpause eine Konsolidierung, eine Seitwärtsbewegung aus. Das ist dann oft ein Wimpel, eine Flaggenformation, irgendeine Basis. Und aus dieser Basis heraus kann der nächste Breakout erfolgen, der nächste Ausbruch. Das ist dann zum Beispiel ein Pivotal Base Breakout. Gibt es auch gleich Bilder dazu. Da kann ich dann auch nochmal sagen, ich habe ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Ich habe einfach nochmal abgewartet. Läuft diese Story an oder nicht und dann kann ich immer noch aufspringen. Meistens hat man da noch nicht sehr viel verpasst. Dritte Variante ist dann mehr oder weniger ein antizyklischer Einstieg. Das heißt, wenn die Aktie eben zur sogenannten Pivotal Priceline zurückkommt, da zeige ich das aber am besten gleich mit einem Bild dann her, dann kann ich da auch, wenn sie wieder aufgefangen wird, an diesem Unterstützungs-Level wieder eine Position aufmachen. Genau. Absolut richtig, ich lese da gerade mit die Kommentare. Es ist natürlich immer so. Es ist genauso wie generell an den Märkten. Die aktuellen Erkenntnisse sind natürlich nicht so wichtig wie der Ausblick. Es wird sehr entscheidend sein, was Jerome Powell dann vor allem um 20.30 Uhr bei der Pressekonferenz sagen wird. Wie wird es mit den Zinsen weitergehen? Gibt es Kommentare zur Wirtschaft? Also der Internationale Währungsfonds hat ja leicht für das Jahr jetzt auch wieder die Prognosen angehoben, was die Wirtschaftsaussichten betrifft, Anfang der Woche. Aber ganz klar, 25 Basispunkte werden wohl kommen. Das gilt so ziemlich sicher. Aber es wird natürlich wichtig sein, wie es weitergeht natürlich. Genau. Aber zurück zu den Pivotal News Points. Wie sieht es aus, wenn ich gleich kaufen will? Wir haben hier ein Beispiel. Das habe ich auch beim letzten Webinar schon gebracht. Aus dem vergangenen Juli war das noch. Auch eine First Solar gestützt haben. Hier, wie gesagt, auch mitunter nicht nur starke Quartalszahlen, sondern auch dieser Inflation Reduction Act der USA, wo 369 Milliarden Dollar für den Klimaschutz und die Energiesicherheit investiert werden sollen. Also Solarparks im Versorgungsmaßstab sollen gebaut werden. Steuervorteile gibt es da. Und First Solar ist da einer der führenden Anbieter, wo es eben auch gute Q2-Zahlen gegeben hat. Und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Wir sehen hier, der Kurs kommt mit einem Aufwärtsgap hinein. Wir haben hier unten auch eingeblendet das Handelsvolumen. Je höher dieser Balken, desto mehr Stücke werden auch an diesem Tag gehandelt, was eigentlich nichts anderes widerspiegelt als das Kauf- oder Verkaufsinteresse der Investoren. Umso größer dieser Balken, umso mehr wird diese Aktie auch gehandelt. Je höher der Balken, desto größer das Interesse, kann man einfach sagen. Ob man jetzt kaufen will oder verkaufen, das zeigt dann vor allem letztlich, ob der Kurs steigt oder fällt. Aber es ist immer ein Vorteil, wenn hohes Handelsvolumen diesen Breakout begleitet, weil das einfach die Trefferquote dieser neuen Rally erhöht. Jetzt habe ich einfach heute mal den Chart genommen. Wie sieht die Aktie denn heute aus? Das war eben, wie gesagt, ein Chartbild von, ja hergenommen habe ich es noch im November, aber da hört der Kurs eben auf. Man sieht, die Aktie hat sich seitdem auch weiterentwickelt. Sehr schön, wie es Wachstumsaktien gerne machen. Entlang des GD50, der hier rot eingezeichnet ist, klettert sie weiter nach oben, eigentlich in schönen geordneten Bahnen. Ausgangspunkt waren aber eben hier für diese Rally die Q2-Zahlen. Die Aktie ist seitdem nicht zurückgekommen. Hätte man hier gekauft, hätte man niemals überlegen müssen, muss ich jetzt irgendwo stressbedingt vielleicht meine Position wieder schließen, muss ich das Risiko begrenzen. Das wäre ein Musterbeispiel für, wie handele ich einen Pivotal News Point direkt zur Handelseröffnung. Ja, Variante 2, Intuitive Surgical. Ich habe bewusst diesen Chart genommen, weil die Aktie jetzt doch gerade wieder nach den Zahlen ein bisschen zurückgekommen ist. Aber man sieht hier sehr schön, auch wieder Stand November, Q3-Zahlen, Aufwärtsgap. Die Aktie entwickelt sich eben einige Tage nach oben und fängt dann an, diese Basis auszubilden, in diese Spanne hineinzugehen. Und dann kann man hier wirklich abwarten, ob dieser Breakout erfolgt. Also wir hatten hier schon ein sehr entscheidendes, markantes Long-Signal, in dem hier dieser Abwärtstrend nach oben durchbrochen wurde, wieder unter erhöhtem Volumen. Und dann hatten wir diese Seitwärtsphase, wo dann auch tatsächlich dieser Breakout gelungen ist. Also ich habe das im letzten Webinar damals auch schon gesagt, wartet hier diesen Ausbruch ab, dann gibt es vielleicht eine neue Trading Chance. Da hätte man noch etwas mehr als 10% auch locker mitnehmen können. Jetzt wäre man da mehr oder weniger wieder auf Einstand, weil eben, wie gesagt, die Zahlen etwas enttäuscht haben, letzte Woche wieder. Aber auch ein sehr schönes Beispiel dafür, dass es einfach keine Garantie gibt, dass Aktien einfach weiter umgebrochen nach oben durchziehen, dass man aber trotzdem hier auch mit kurzfristigen Manövern erfolgreich sein kann. Weiteres Beispiel, Agilisys. Habe ich selbst auch eine Long-Position aktuell immer noch, auch sehr schön. Das ist eine sogenannte Pivotal Base. Wir haben hier diesen Pivotal News Point wieder, nach Quartalszahlen, dieses Aufwärtsgap. Die Aktie wird nicht mehr abverkauft, stabilisiert sich hier auch sehr schön, kommt eben zu dieser Pivotal Priceline, wie das heißt, diese untere Begrenzung hier zurück und dreht dann wieder nach oben. Auch da gab es dann sehr schön einen Breakout nach oben und dann kamen eben immer wieder neue positive Nachrichten hinein. Hier auch ein Beispiel dafür, dass ein Pivotal News Point nicht unbedingt mit Zahlen untermauert sein muss, sondern hier zum Beispiel der Anbieter von Softwarelösungen für das Gastgewerbe. Also Hotels können da zum Beispiel Reservierungen, Check-in und Abrechnungen automatisieren, Personalengpässe besser kompensieren, das Gästeerlebnis verbessern. Merit International als Großkunde ist da aufgesprungen, noch im Dezember. Die Aktie hat daraufhin wieder einen Pivotal News Point ausgebildet. Da hat man auch gesagt, unsere Softwareverkäufe könnten wir verdreifachen, allein mit diesen Kunden in den nächsten Jahren. Die Aktie wurde aufgrund dieser neuen Erkenntnisse, die man eben aus Sicht der Analysten noch gar nicht auf dem Schirm haben hätte können, ist nach oben durchgezogen, wieder in diese Basis hinein. Jetzt ergibt sich hier wieder eine schöne Konsolidierung mit möglicher Breakout Chance. Genau, letzte Variante hier noch. Rücksetzer zur Pivotal Priceline. Ich habe sie auch nochmal eingezeichnet. Biotech-Unternehmen Catalyst Pharmaceuticals habe ich da einfach nochmal rausgepickt. Da hatten wir gute Zahlen im August zuletzt und dann eben den Rücksetzer nach einigen Wochen wieder zu dieser Pivotal Priceline. Die Aktie wird hier aufgefangen, dreht wieder nach oben. Wichtig ist hier, dass man nur darauf aufpasst, dass hier die Aktie nicht wirklich per Schlusskurs nachhaltig drunter fällt. Sie kann doch durchaus auch mal im Handelsverlauf da oder ein, zwei Handelstage leicht drunter notieren. Wichtig ist aber, dass man hier darauf wartet, dass diese Aktie wirklich wieder von diesem Niveau nach oben gekauft wird, bevor man da eine Position aufmacht. Aber das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo ich sagen kann, vielleicht auch nur mit zwei, drei Prozent Risikotoleranz kann ich da einfach mal ein Manöver starten und wenn das nicht aufgeht, dann kann ich sofort wieder rausgehen und das Risiko minimieren. Genau, ja, vorbörslich, danke für die Info. Ich lese natürlich nebenbei mit, vorbörslich gibt es auch Zahlen. Ich gehe jetzt hier aktuell vor allem mal darauf ein, wie handelt man die Punkte. Ich zeige aber jetzt auch zwei Varianten her, wie kann ich unterschiedlich vor allem nachbörslich überzeugende Zahlen richtig erkennen, aber auch vorbörslich. Keine Sorge, ich gehe darauf ein. Wir gehen jetzt dann gleich zum Trading Desk und schauen uns an, wie wir auf beide Varianten eigentlich auch gut aufmerksam werden. Worum soll es heute gehen? Wie finden wir die Aktien überhaupt? Ich zeige vor allem mit Fokus Standard-Abo-zu-Börsen-Software-Möglichkeiten her, vor allem mit dem klassischen Trading Desk, vor allem mit Kurslisten und der Kalenderfunktion. Da kann man wirklich schon sehr viel abdecken und erkennen, was überzeugende Earning-Events betrifft, also Quartalszahlen. Kursallarme in Echtzeit zuschicken lassen oder Aufwärts-Gaps, das haben wir gerade gesehen, sind oft die Signale für neue Pivotal-Newspoints. Die kann ich mir sehr gut auch mit dem Signal Trader Pro per E-Mail oder Telegram zuschicken lassen. DPA-FX-Profit, weil hier auch gerade wieder deutscher Markt angesprochen wurde im Chat, das ist auch ein sehr mächtiges Add-on, eigentlich die beste deutsche Echtzeit-Informationsquelle mit über 1000 Nachrichten pro Tag von der DPA, wo es wirklich auch darum geht, Quartalsberichte zu erkennen, Analysten-Einschätzungen. Da ist man wirklich schneller als jeder andere Trader auch informiert. Natürlich, in Klammer, automatisierte Handelssysteme wird man nicht schlagen können als Privatanleger, aber man hat durchaus auch einen Vorteil, relativ rasch eine Einschätzung treffen zu können. Und dann natürlich die wohl beste Variante, ganz klar, Live-Trading-Research, wo wir Redakteure von TraderFox das Screening mit unserer Software durchführen und täglich auch Artikel zu neuen Trading-Chancen liefern. Ich zeige dann auch gerne mal im Echtzeitbetrieb heute her, was wir da zuletzt am Schirm hatten. Und ja, wir haben auch erfolgreich täglich immer wieder neue spannende Kandidaten am Schirm. Ich zeige dann auch noch mal die ganzen Abo-Pakete her. Mein Tipp aber jetzt schon an euch, TraderFox.com wie Abo 2. Da habt ihr die Software und Live-Trading-Research dabei. Seid also optimal aufgestellt mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, um da dann auch selbst screenen zu können und über neue Trading-Chancen informiert zu werden. Genau. Ich gehe mal auf TraderFox.com. Wie gesagt, Standard-Abo zu Börsen-Software. Das ist alles, was man braucht, um jetzt das machen zu können, was ich herzeige. Ich gehe zunächst mal auf einen neuen Desktop. Wir sind hier auf dem Start-Bildschirm. Standard-Ansicht. Ich gehe hier jetzt einfach mal auf neuer Trading-Desk anlegen. Earnings. Machen wir das auf. Dann habe ich unten einen Desktop 1, den ich bearbeiten kann. Und wir können da jetzt einfach für die tägliche Screening-Routine, wie gesagt, die Berichtssaison, die geht ja munter weiter in den nächsten Tagen. Wir haben eine Meta, wir haben eine Amazon, Apple, Alphabet, die kommen ja alle noch. Microsoft, Netflix, Tesla, die hatten wir. Aber es tut sich auch sehr viel und vor allem auch nicht nur bei den Big Techs, sondern vor allem bei Unternehmen, die man vielleicht wirklich gar nicht am Schirm hat. Und das sind die Aktien, die dann meistens auch sehr spannend sind. Bei einer Microsoft, bei einer Netflix, das bekomme ich ja teilweise auch im Radio, in den Nachrichten, sonst irgendwo mit, weil das sind einfach Firmen, die man kennt, über die gesprochen wird. Aber diese spannenden Trading-Chancen, die vielleicht unter dem Radar sich irgendwo entwickeln, wie kann ich die finden? Und das schauen wir uns jetzt an. Ich fange am besten an als Beispiel mit dem US-Markt, weil da gibt es einfach gerade sehr viele Zahlen und schöne Chancen. Was wir brauchen zunächst, ist eine Kursliste. Darum gehe ich hier einfach mal auf Listen. USA, 2000, die nehme ich immer sehr gern, weil die Frage auch immer kommt, wofür steht denn dieses V? Das sind vor allem diese 2000 volumenstärksten Aktien. Also das Handelsvolumen soll hier sehr hoch sein. Es gibt auch MC, das heißt die größten Aktien nach der Market Cap, nach der Marktkapitalisierung, dem Börsenwert. Das kann man hier unterscheiden. Viele Aktien überschneiden sich auch in diesem Universum, aber ich nehme da meistens auch gerne das Handelsvolumen. Das soll groß sein, weil das wollen wir im Endeffekt auch haben, habe ich gerade vorhin schon hergezeigt. Jetzt haben wir da 2000 Aktien drauf. Im Durchschnitt sind die etwa 0,4 Prozent im Minus heute. Ich kann sie auch sortieren nach der Tagesperformance. Wo gibt es die größten Gewinner und die größten Verlierer? Da sehe ich schon mal sehr viel. Aber wir wollen jetzt natürlich sehen, nicht nur warum sind Aktien heute stark, sondern wo gab es eben Pivotal News Points. Und was wir da machen können, wir können Spalten hinzufügen, um Filter zu nutzen bei dieser Kursliste. Also grünes Plus, da findet man immer diese Scans, diese Filter. Und da kann ich zum Beispiel Earning Events auswählen und dort den letzten Quartalsbericht. Ich klicke da einfach mal drauf, lasse mich informieren, was zeigt mir dieser Scan noch an. Es wird mir jetzt in Handelstagen angezeigt, wann der letzte Quartalsbericht veröffentlicht wurde. Und ich kann mir ansehen, wie hat eine Aktie auf diese Zahlen reagiert am Tag der Veröffentlichung. Hier jetzt wieder der Hinweis, weil wir es gerade hatten. Oft in den USA werden Zahlen auch nachbörslich verkündet. Dann wird natürlich der Folgetag als Reaktion hergenommen. Also es wird da der Schlusskurs des Vortages genommen. Dann wird die Aktie vielleicht nachbörslich irgendwann nach guten Zahlen 5% zulegen. Und dann gilt hier als Referenz der Folgetag. Also wie hat die Aktie wirklich am Tag der Zahlen dann auf diese Ergebnisse auch reagiert. Und zusätzlich kann ich mir anzeigen lassen, wie hat sich die Aktie zum Beispiel bis heute entwickelt. Das heißt vor einer Woche zum Beispiel gute Zahlen. Wie hat sie seitdem zugelegt oder wieder nachgegeben. Diese drei Informationsquellen kann ich mir jetzt direkt einblenden lassen. Jetzt habe ich aber immer noch 2000 Aktien, habe aber diese Informationen zum Beispiel schon. Schauen wir uns zum Beispiel an. Keine Ahnung, Joint Corporation, die taucht hier oben auf. Vor 60 Handelstagen gab es da die letzten Zahlen. Die Aktie hat 2,4% darauf hinzugelegt. Und seitdem 460% plus sagt mir das System. Interessiert mich aber relativ wenig, weil vor 60 Handelstagen, das sind keine neuen Erkenntnisse mehr. Das ist kein neuer Pivotal News Point. Das sind alte News, die sind eingepreist. Ich will frische Impulse haben, wo ich jetzt die Chance habe, auf neue Rallye-Bewegungen aufmerksam zu werden. Was muss ich also machen? Ich muss von diesen 2000 Aktien jetzt mal rausfiltern, wo gab es zum Beispiel in den letzten 10 Tagen Handels- oder Quartalszahlen. Deswegen klicke ich jetzt auf den Button Scans. Jetzt gehen diese Filter-Ebenen auf. Ich kann jetzt zum Beispiel diese Parameter einstellen bei letzter Bericht. Gehe einfach über diese Spalte drüber, klicke auf das Plus und sage, das Alter des letzten Berichts soll nicht länger als 15 Handelstage zurückliegen zum Beispiel. Ich gebe hier sicherheitshalber auch mal 0 ein. Performance am Berichtstag, da sind wir jetzt eben bei diesem Punkt, wie soll die Aktie charttechnisch von der Performance auch reagiert haben auf diese Zahlen. Sagen wir mal zumindest 3% zugelegt. Und ja, Performance seit diesem Bericht, sagen wir jetzt auch einfach mal 3% plus, damit stellen wir zum Beispiel sicher, dass die Aktie seitdem auch nicht wieder unter dieses Niveau heruntergefallen ist. So, und jetzt mache ich diese Filter-Ebene wieder zu und habe bedeutend weniger Aktien drauf. Das sind jetzt keine 2000 Titel mehr, das sind jetzt, müsste ich schauen, was haben wir hier drauf. Könnte jetzt eine neue Liste anlegen. Das blendet mir gerade hier nicht richtig ein, aber deutlich weniger. Und jetzt kann ich auch wiederum mit einem Linksklick nicht nur die Tagesperformance sortieren, sondern auch die besten Reaktionen in absteigender Reihenfolge. Wir haben da ganz oben gleich eine Tesla zum Beispiel. Vor 5 Tagen, Aktie legt 11% zu. Seitdem knapp 19%. Der Vorteil, wenn ich jetzt auf den Namen der Aktie draufklicke, geht wie immer der Chart auf. Ja, ich habe da eine Chartanalyse erstellt. Ich habe sie ausführlicher vorgestellt in unseren Live-Trading-Sektionen nach den Rekordergebnissen. Wenn man da aber jetzt nicht up-to-date ist und diese Analyse selbst nicht hat, kann man trotzdem sehr gut sehen, wie die Aktie reagiert hat. Indem ich jetzt nicht auf den Namen klicke, sondern hier auf diese 11% zum Beispiel in der Spalte letzter Bericht. Dann wird mir nämlich diese Candle direkt eingekreist und ich sehe sofort, aha, okay, das war jetzt dieser Tag mit den Zahlen. Da ist es nach oben gegangen und das ist jetzt auch so ein schönes Beispiel, wo eine Aktie vielleicht ein, zwei Tage akkumuliert wurde und jetzt beginnt in einer Verschnaufpause seitwärts zu laufen, eine Konsolidierung auszubinden. Also Tesla, ein sehr spannender Turnaround-Kandidat weiterhin, spannende Trading-Chance, wo man jetzt einfach noch nichts verpasst hat, eventuell, sondern einfach mal sagen kann, ich lege mir die Aktie auf die Watchlist und behalte sie im Blick. Und warte einfach mal ab, geht es da vielleicht noch einige Tage seitwärts und dann, wenn der Breakout wieder gestartet wird, kann ich vielleicht wieder mein Glück versuchen. Es gibt aber auch nicht nur Netflix natürlich, die da jetzt auftaucht, auch gute Zahlen wieder gehabt, spannendes Unternehmen. Wir haben da zum Beispiel auch andere Titel wie eine United Rentals, ich mache die jetzt mal auf. Da hatten wir auch einen Quartalsbericht, Q4, die Aktie seitdem auch schön akkumuliert worden und in Verbindung dazu einen sehr schönen Big Picture Breakout. Wir hatten wirklich seit über einem Jahr eine Seitwärtsbewegung, die jetzt nach diesen Zahlen erstmals wieder unter massiv erhöhtem Handelsvolumen, also das Interesse der Käufer hat zugenommen, diese Konsolidierung nach oben aufgelöst wird. Und United Rentals bietet auch eine sehr einfache und gut nachvollziehbare Wachstumsstory, denn das Unternehmen ist ein führender Vermieter von Baumaschinen zum Beispiel. Also es geht vor allem darum, Rechenzentren werden gebaut, es geht darum Vertriebszentren, was auch immer. Da werden einfach überall natürlich Maschinen benötigt und vor allem gemietet für diese Projekte und da hat man jetzt auch wiederum nicht unbedingt mit einem Umsatzplus von 19 Prozent überzeugen können oder Gewinnanstieg von 32 Prozent, wie es hier der Fall war, das war nur leicht über den Erwartungen. Aber wir hatten hier einen sehr starken Umsatzausblick nach diesen Quartalszahlen. Also es gab hier zwar einen Rekord, aber das war nur leicht besser als erwartet. Jetzt hatten wir aber vor allem die Erkenntnisse, die neu reinkommen eben. Der Umsatz für dieses Jahr, für das laufende Geschäftsjahr soll 13,7 bis 14,2 Milliarden Dollar betragen. Erwartet wurden bisher aber nur knapp 13,5 Milliarden, also deutlich mehr als bisher erwartet. Also 800 Millionen mehr im besten Fall als angenommen bisher und die Aktie reagiert entsprechend darauf mit einer positiven Kursreaktion. Ist auch seitdem nicht mehr zurückgekommen, um dieses Niveau anzutesten. Sehr schönes weiteres Beispiel, das mir sehr gut gefällt, wo wir auch schon am 16. Jänner in den Live-Trading-Sektionen darüber berichtet haben, eine Allegro Microsystems. Und das ist jetzt so ein Beispiel, Technologie-Sektor heute schwächer. Die Aktie gestern mit guten Zahlen hat, ja ich glaube 10 Prozent knapp zugelegt letztlich. Und ist heute auch schon wieder knapp 2 Prozent vorne. Also auch das ist dann so ein Beispiel. Erhöhtes Volumen, Aktie zieht nach Zahlen nach oben raus. Und ich finde die sofort auf der ersten Seite dieser Kursliste, wenn ich einfach diese Charts durchklicke. Auch da sehen wir jetzt, dass dieser Big Picture Breakout-Versuch gestartet wird. Und Allegro Microsystems passt auch ganz gut ins Bild, weil was wir gerade sehen, ist, dass viele Unternehmen, die irgendwo im Bereich elektrisches Fahren, also Elektromobilität, autonomes Fahren zu tun haben, sei das jetzt eben angefangen bei einer Tesla bis hin zu einer Mobileye, wo ich auch kurz noch was dazu sagen werde heute. Da bin ich auch selbst investiert. Da sehen wir, dass diese Aktien steigen. Und Allegro Microsystems ist ein Halbleiterunternehmen, das vor allem das Kerngeschäft Autoindustrie hat. Und dort, ich glaube, etwa die Hälfte der Erlöse auch generieren kann. Und dort das größte Wachstumspotenzial hat. Ein Drittel des adressierbaren Marktes fällt da drauf zurück. Und die sind zum Beispiel mit 18 Prozent der Marktanteile auch Marktführer bei Magnetsensoren. Und die werden zum Beispiel benötigt, um bei Maschinen oder eben auch Autos Bewegungen präzise messen und nachvollziehen zu können. Zum Beispiel den Lenkeinschlag, Bremsvorgänge oder Geschwindigkeitsmessungen. Und überall dort werden diese Magnetsensoren benötigt. Sie liefern zum Beispiel aber auch Leistungshalbleiter für Stromversorgungs- und Energieverwaltungssysteme. Und ja, da geht es einfach vor allem auch darum, ich kann Fahrzeuge dann effizienter laden, die Batteriereichweiten erhöhen. Und das wird nicht nur bei Elektroautos eingesetzt, sondern auch bei Solaranlagen bis hin zu Rechenzentren, um die Energie effizienter und stromsparender eben zu machen. Also das ist ein sehr spannendes Unternehmen, das jetzt hier auch wieder überzeugen konnte mit starken Zahlen. Ich kann das gerne auch mal herzeigen. Wir haben nämlich darüber berichtet. Erst gestern wieder habe ich ein Update dazu gemacht. Das ist eben der Vorteil von unseren Live-Trading-Research-Abteilungen. Ich zeige es mal ganz kurz her. Tech & Growth, da schreibe ich immer ganz fleißig. Und wir hatten erst, schauen wir mal kurz runter. Gestern vorbörslich habe ich berichtet. Die Zahlen sind wie gesagt nachbörslich gekommen am 30. Januar. Am 31. habe ich dann um 14.07 Uhr rechtzeitig nochmal darüber geschrieben, was macht das Unternehmen, was wird hier gespielt. Umsatzplus von 33 Prozent. Ja, über den Erwartungen. Wir hatten ein Rekordergebnis eben bei den Erlösen. Auch der Nettogewinn konnte sogar um 84 Prozent zulegen. Besser als erwartet. Die Prognose war besser als angenommen. Man kooperiert schon mit 50 Automobilherstellern. Da gehört auch Tesla, GM, Toyota dazu. Auch General Motors hatte ja gestern gute Zahlen. Will vor allem die Elektromobilität steigern. Und vor allem bei Elektroautos wird einfach mehr Halbleiter-Content verkauft. Das spielt auch diesem Unternehmen in die Hände. Ja, Industrieautomatisierung ist man auch mit dabei. Leider wächst das Segment, das etwas klein ist, sogar um 60 Prozent. Also sehr gute Ergebnisse kurzum. Und wir hatten diese Aktie hier schon vorbörslich auch als Trading Chance am Schirm. Ich kann es auch gerne auch mal herzeigen. Ich habe sogar, glaube ich, am 16. Jänner sogar schon noch viel ausführlicher darüber geschrieben. Das Unternehmen auch mal vorgestellt. Genau da war es hier. Was machen sie eben das Herzstück vieler mechanischer Systeme für Elektroautos, Rechenzentren, Industrieroboter bis hin zu Solaranlagen, Marktführer bei Magnetsensoren. Wer sind die Konkurrenten? Was spricht für weiterhin steigende Kurse? Wir hatten da ein bisschen schon den Riecher, dass die Zahlen gut sein könnten. Haben das entsprechend hier schon aufgegriffen vor dieser Trendwende, die sich angedeutet hat. Jetzt scheint diese Story auch zu zünden. Also ja, das ist eben dann der Vorteil. Selbst screenen, aber dann eben entscheiden, was steckt auch an Nachrichten dahinter. Das macht es natürlich einfacher, wenn man diese Artikel hat. Man kann natürlich als Privatanleger, vor allem wenn man berufstätig ist, viele andere Sachen zu tun hat. Nicht das ganze Aktienuniversum auch täglich durchleuchten, weshalb wir da auch immer Unterstützung bieten wollen. Aber das ist jetzt zum Beispiel so eine Möglichkeit. Wie finde ich Pivotal News Points nach nachbörslich überzeugenden Zahlen und wie kann ich sie mir auch sofort anzeigen lassen. Jetzt speichere ich mir diesen Desktop einfach mal ab, damit ich ihn täglich wieder nutzen kann. Ich gehe auf Desktop speichern, Rechtsklick eben zunächst auf Desktop 1, Desktop speichern. Dann bekomme ich hier oben das Feedback. Ich kann ihn auch umbenennen mit einem Rechtsklick. Pivotal News Points nenne ich es einfach mal. Dann wissen wir, dass die hier schon ausgelöst wurden. Und diese Kursliste möchte ich zum Beispiel auch dann täglich wieder verwenden können. Also speichere ich mir auch die ab. Diese Konfiguration. Also wir haben jetzt einfach mehr oder weniger nichts anderes gemacht, als diese 2000 Volumen stärksten US-Aktien aufgemacht. Und müssen aber jetzt hier diese Spalte hinzuschalten. Okay, ich lese gerade Ton, war kurz weg. Okay, sollte funktionieren. Ich hoffe, das war nur ein Einzelfall. Sonst am besten bitte neu einloggen. Jetzt wollen wir aber diese Konfiguration bei dieser Kursliste zum Beispiel abspeichern, damit wir da nicht immer wieder einstellen müssen. Aktien sollen 15 Tage maximal ihre Quartalsberichte zurückliegend verkündet haben und 3% plus reagiert haben. Da klicke ich einfach hier unten dann auf diese Konfigurationsauswahl drauf mit einem Linksklick und kann Speichern als auswählen. Ich nenne es einfach mal Zahlen 15 Tage. Senden. Bekomme es hier unten auch eingeblendet. Jetzt passiert eigentlich nichts anderes, als wenn ich diesen gespeicherten Desktop neu lade, dass mir diese Kursliste auch sofort wieder, okay, jetzt hat sie es genau nicht übernommen, aber auch, schauen wir nochmal kurz, ob es jetzt funktioniert. Also wir haben diese 2000 Volumen stärksten Aktien einfach offen. Ich klicke jetzt auf Konfiguration, habe diese Auswahlzahlen 15 Tage, genau, und es wird mir sofort wieder eingeblendet. Der Vorteil, dieses Screening aktualisiert sich natürlich täglich. Wenn dann jetzt vom Vortag wieder spannende Zahlen reingekommen sind, dann scheinen sie hier auch natürlich wieder auf. Es sollte aber auch funktionieren, dass diese Konfiguration, genau, jetzt hat es funktioniert, hat sich nur aktualisieren müssen, dass hier diese Liste mit der Konfiguration sofort eingeblendet wird. Also Reihenfolge, einfach Liste öffnen, Konfiguration erstellen und speichern, dann den Trading Desk abspeichern und dann kann man es einfach anklicken und genau so wieder vorfinden, wie man es am Vortag auch hinterlassen hat. Genau. Jetzt aber das Stichwort, wie vorhin erwünscht, wie finde ich denn jetzt Aktien, die vorbörslich vielleicht in den USA berichtet haben und gute Zahlen liefern. Ja, auch das ist möglich, allerdings nicht sehr gut mit den Kurslisten. Ich mache wieder einen neuen Desktop auf. Rechts habe ich hier dieses Plus-Symbol, ganz unten rechts. Ich sage jetzt hier Kalender. Senden. Ich habe wieder einen neuen Desktop, den ordne ich da hinten an. Mit Drag & Drop kann ich das einfach verschieben, so wie ich es gerne haben möchte. Gehe jetzt hier auf diese drei Balken, um ins Menü zu kommen und dort ist auch der Kalender drinnen. Genau. Kalender wähle ich jetzt mal aus. Mach den auf und... Okay. Ja, ich stelle gerne auch mal auf hell. Ich hoffe, es flasht jetzt nicht so viele. Es gibt immer zwei Lager. Die einen wollen gerne den hellen Trading Desk. Ich gehöre zu den Verfechtern des dunklen Trading Desks. Die dunkle Seite da macht, wenn man so möchte. Es ist einfach Geschmackssache. Aber ich verstehe schon, es ist natürlich schwierig. Ihr habt teilweise auch einen kleineren Bildschirm wahrscheinlich, wo ihr es mitverfolgt. Ich stelle jetzt einfach mal zu diesem Zeitpunkt auf hell. Kann ich gerne machen, damit da zumindest jeder mal seine gute Phase gehabt hat. Aber was zeigt mir dieser Kalender jetzt? Ich sehe hier sofort als Vorbereitung anstehende Hauptversammlungen, natürlich wichtig für Dividendenanleger, aber auch anstehende Quartalsberichte. Morgen zum Beispiel, Donnerstag, Deutsche Bank, Infineon, sehr spannend. Ich kann da einfach mal mit einem Rechtsklick auch den Chart öffnen. Ich sehe hier auch schon diese Aktie, der Halbleiterhersteller versucht, hier nach oben rauszugehen vor den Zahlen aus der Konsolidierung. Ist natürlich auch so ein Kandidat. Chip für den Automotive-Bereich mitunter sehr spannend. Sollte man vielleicht im Blick behalten. Wird eben morgen vor Eröffnung, das wird hier auch vermerkt, die Zahlen präsentieren für das erste Quartal 2023. Wie sieht es mit den Erwartungen aus? Auch das habe ich hier sofort eingeblendet und kann mir hier einen Überblick verschaffen. Das ist noch überschaubar. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel wieder auf USA klicke, dann sind das deutlich mehr Unternehmen. Dann sehe ich heute auch wieder, allein hier am Mittwoch gab es sehr viele Titel und da ist es natürlich schwierig, den Überblick zu behalten. Was ich jetzt hier machen kann, ich habe hier dieses Kurslistensymbol, wo dann eine vorgefertigte Kursliste aufgeht, wo nur Aktien drauf sind, die jetzt heute entweder noch nachbörslich oder vorbörslich ihre Zahlen veröffentlichen werden. Und wenn ich da jetzt einfach nach der Tagesperformance sortiere, dann sehe ich schon sehr gut, wo gibt es denn vielleicht Kandidaten, die überzeugende Ergebnisse präsentiert haben. Dann werde ich sehr schnell auch im Handelsverlauf auf diese Impulse aufmerksam, wie zum Beispiel bei einer Adcore International. Die war heute vorbörslich bei etwa plus 5, plus 6 Prozent unterwegs, jetzt sind es schon plus 9 Prozent. Ich mache den Chart mal auf. Auch da haben wir ein sehr schönes Setup bei einer Wachstumsaktie, wo wir diese Pivotal Base sehr lange ausgebildet hatten. Wir hatten hier schon im November wieder Q4-Zahlen über den Erwartungen, Musterbeispiel erhöhtes Volumen, Aufwärtsgap. Die Aktie konsolidiert in dieser Range und konnte sich seither aber noch nicht nach oben lösen. Hat einfach mehr Zeit benötigt noch, um diesen Trendfolgeversuch zu starten. Und heute dürfte der gestartet sein mit besser als erwarteten Q1-Zahlen. Auch darüber haben wir zum Beispiel heute wieder in unseren Live-Trading-Sektionen berichtet. Genau, um 13.29 Uhr wieder rechtzeitig vorbörslich habe ich das gemacht, Adcore International Group. Was machen Sie? Das Bild zeigt es eigentlich sehr gut. Rohrsysteme, Kabelsysteme bauen die weltweiter Vertrieb und da profitieren Sie einfach sehr stark von, wiederum Bau- und Infrastrukturprojekten, aber auch der Digitalisierung und Elektrifizierung. Also wenn es darum geht, Rechenzentren zu bauen und zu vernetzen, zu verkabeln vor allem, E-Ladestationen zu bauen, Solarparks, Gesundheitseinrichtungen. Also wirklich auch moderne Medizintechnik einzurichten und zu betreiben. Und dann vor allem aber auch gegen, ja, vor allem kritische Infrastrukturbereiche gut zu schützen. Also gegen Einflüsse von außen, seien das jetzt Vibrationen, Erdbeben, was auch immer, Stromausfälle. Da können Sie überall einen Beitrag leisten. Und ganz interessant, Sie haben allein im letzten Jahr sechs Übernahmen getätigt, haben sich da verstärkt, vor allem um, ja, von Infrastrukturprojekten noch besser zu profitieren. Aber wir schauen uns die Aktie auch zum Beispiel beim nächsten Webinar am Montag, Trading Chancen zu Tech & Growth nochmal genauer an. Da habe ich es auf jeden Fall jetzt als Trading Chance heute schon mal wieder rechtzeitig vorgestellt. Aber das ist auch so eine Möglichkeit, mit dem Kalender auf vorbörslich gute Zahlen aufmerksam zu werden. Jetzt kann ich auch da natürlich nicht die ganze Zeit drauf starren. Ich kann nicht sagen, okay, um 15.30 Uhr macht die Börse auf, ich mache mir diese Liste vielleicht schon eine halbe Stunde vorher zurecht und warte dann einfach ab. Habe ich nicht jeden Tag die Zeit dazu? Eine Variante ist, jetzt hier Kurslistenalarme einzubinden. Das heißt, ich mache einfach diese Liste auf, so wie wir es gemacht haben und habe hier jetzt ein Glockensymbol. Listenalarme, genau, ich muss jetzt diese Liste zunächst noch speichern. Ich bekomme sie zwar mit dem Namen Kalender 1.2.2023 angezeigt, sie ist aber noch nicht abgespeichert. Ich brauche aber gespeicherte Listen, um hier diese Alarme auch nutzen zu können. Kein Problem. Ich klicke da einfach oben links in der Kursliste drauf, Liste speichern und kann sie jetzt auch hier zum Beispiel bei meinen eigenen gespeicherten Listen sofort abrufen. Kann aber jetzt eben auch vor allem, das ist der springende Punkt, diese Listenalarme aktivieren. Glockensymbol, einfach zu merken und da kann ich jetzt einfach sagen, wenn eine Aktie von diesen heute interessanten Titeln ein neues 52 Wochen hochmarkieren kann, wie es bei einer Adcore der Fall ist, bitte einen Kursalarm oder eine Push-Notification gleich, wenn ich die App habe auf mein Smartphone oder eine Tagesperformance von zumindest drei oder fünf Prozent im Handelsverlauf irgendwann, auch dann bekomme ich zum Beispiel eine Benachrichtigung. Und so kann ich eigentlich gar keine Chance mehr verpassen, wenn eine Aktie anspringt, dann habe ich sie zwangsläufig hier am Schirm, weil ich einfach diesen Kursalarm bekomme, eine Dynatrace zum Beispiel, auch heute vorbesslich zahlen. Das ist auch so eine lange Zeit hoch bewertete Tech-Aktie gewesen im Bereich Observability Management. Da geht es darum, Cloud-Dienste werden immer mehr genutzt. Ich muss schauen, dass das funktioniert und automatisiert überwacht werden kann. Auch da deutet sich jetzt die Bodenbildung an nach besser als erwarteten Zahlen. Also hier vielleicht gerade der Startschuss für eine völlig neue Aufwärtsbewegung oder eben den Turnaround. Und mit diesem Kurslistenalarmen bekomme ich diese Nachricht. Genau, das ist zum Beispiel eine solche Variante. Und da kann ich mich eben täglich hinsetzen und einfach sagen, nur mit diesem Kalender, heute noch der Mittwoch interessant, ich speichere mir das ab und am nächsten Tag mache ich mir dann einfach den Donnerstag auf. Auch das kann ich einfach wieder machen, indem ich nach unten scrolle, Kurslisten-Symbol anklicken und ich habe sofort alle Titel drauf, die relevant sind. Da sehe ich zum Beispiel eine Apple, eine Synaptics, vielleicht auch in diesem Zusammenhang wieder spannend. Wir haben Pharmakonzerne wie Eli Lilly, wir haben Qualcomm als Halbleiter-Giganten. Auch da heute interessanterweise wieder relative Stärke. Könnte vielleicht auch darauf zurückzuführen sein, dass die Analysten damit rechnen, mehrheitlich, dass der Smartphone-Markt, der ja wirklich sehr, sehr stark eingebrochen ist, wo Qualcomm ja auch immer noch zwei Drittel der Einnahmen im letzten Jahr generiert hat, im zweiten Halbjahr dann eine starke Erholung verzeichnen könnte. Aber vor allem auch Qualcomm im Bereich autonomes Fahren sehr spannend. Die haben da zum Beispiel ihre Automotive-Pipeline auf 30 Milliarden Dollar schon verdoppeln können. Und dieses Geschäftsmodell wird auch spannender werden. Also es gibt sehr, sehr viele Charts, die jetzt wieder neue Trendwenden signalisieren. Und wenn dann eben noch gute Quartalszahlen reinkommen, auf diese Titel sollte man sich auch konzentrieren. Ton war wieder weg. Okay, ich weiß nicht, woran das liegen kann. Die Verbindung sollte sehr stabil sein. Ich hoffe, die Aussetzer sind, wenn dann, nicht sehr lang. Sonst kann ich das leider nicht beeinflussen. Ich hoffe, es ist noch nicht zu nervig. Genau, aber ich speichere mir jetzt hier zum Beispiel auch mal wieder diesen Trading Desk ab. Kalender, rechtsklick, Desktop speichern. Und müsste jetzt hier das Ganze wieder vorfinden. Wenn ich es anklicke, Trading Desk aktualisieren. Okay. Genau. Ja, das war jetzt eben die Variante, um auf vorbörslich starke Quartalszahlen aufmerksam zu werden. Was gibt es noch für eine Variante? Wir haben gerade vorhin noch angesprochen, den Signal Trader Pro. Auch da, wenn ich jetzt sage, dieses Kurslisten erstellen, das ist mir alles zu mühsam. Ich will das gar nicht machen. Ich will vielleicht auch andere Pivotal News Points finden. Also nicht nur, wenn es gute Quartalszahlen gibt, sondern wenn Aktien nach Analystenkommentaren anspringen, dann ist das hier auch mit dabei beim Börsenabo. Ich gehe einfach mal hier oben auf das TraderFox Logo. Da komme ich zum gesamten Universum, wo ich mich hin verlinken lassen kann. Und dort gibt es eben auch diesen Signal Trader Pro. Der macht nichts anderes, als mir auch wieder Kursalarme zu schicken. Hier aber jetzt vor allem in Form von E-Mails oder wenn man möchte, über den Telegram Messenger. Man kann sich da einfach zum Beispiel, mache ich immer ganz gern, bei Gmail zum Beispiel eine eigene E-Mail-Adresse nur für Kursalarme anlegen und dann hier einfach festlegen, welche Alarme man zum Beispiel Chart-Signale bekommen möchte. Da geht es wirklich darum, Ausbrüche auf Neuhochs, man kreuzt ein GD den anderen, Turtle Trading Strategien, klassische Trendfolge, Charttechnik, Trendlinien, die gebrochen werden, Swing Trading und viele weitere Signale. Und da muss ich eigentlich nichts Aufwendiges machen. Ich trage einfach meine E-Mail-Adresse ein, kann dann hier auswählen, welche Signale möchte ich bekommen und dann für welchen Markt möchte ich sie bekommen. Also empfehlenswert ist dann oft, vor allem wenn es um Quartalsberichte oder Pivotal News Points wie gesagt geht, Gap-Up-Eröffnung 4% ist da zum Beispiel spannend, dann hätten wir so eine Adcore, eine Tesla, eine Netflix und so weiter alle am Schirm gehabt. Ich aktiviere einfach mit einem Links-Klick hier dieses Häkchen, kann dann sagen zum Beispiel USA und Deutschland, wenn Aktien zur Handelseröffnung eben mit 4% oder mehr hineinkommen, kann aber auch sagen, wenn sie bitte im Handelsverlauf irgendwann 5% oder mehr zulegen, also wenn sich dieser Impuls vielleicht erst entwickelt über einen längeren Zeitraum, dann vielleicht auch das aufzeigen. Was macht dieses Tracking? Auch das wird hier oben erklärt. Das ist mehr oder weniger nochmal so eine Feedback-Funktion, wenn ich vielleicht zum Beispiel ein Signal verpasst oder übersehen habe oder wenn ich eingestiegen bin und eine Bestätigung haben möchte, läuft mein Trade denn überhaupt an? Dann kann ich auch das aktivieren, wenn dann zum Beispiel nämlich diese Aktie mit 4% plus hineingekommen ist in den Handel und dann nochmal 2% von diesem Signalkurs nach oben läuft, also Beispiel 6%, dann bekomme ich nochmal eine E-Mail- oder Telegram-Messenger-Funktion, einfach nochmal um das Ganze nochmal aufzuzeigen. Aber das ist eine sehr, sehr einfache und schnell einstellbare Variante, um auch auf diese Weise mögliche Pivotal-News-Points identifizieren zu können. Genau und eine Variante möchte ich euch noch kurz zeigen, das ist nämlich das Add-on zum DPAFX Pro. Das ist jetzt wie gesagt ein Add-on und nicht bei der Börsen-Software mit inkludiert, aber ich will es dennoch herzeigen, damit wir auch was vom deutschen Markt mit dabei haben. Ich gehe jetzt hier auf diesen Reiter ganz unten links und wieder auf unseren Standard-Trading-Desk zurück, TraderFox Trading-Desk. Da haben wir nämlich zum Beispiel vorgefertigt eine Schaltfläche für DPA-AFX. Das müsste ich nochmal nachfragen, ob das die 2000 Volumenstärksten sind wirklich bei den USA. Ich sage mal, es wird vermutlich entweder Marktkapitalisierung oder Volumen sein, höchstwahrscheinlich, eventuell auch USA alle. Das müsste ich aber unsere Entwickler nochmal fragen. Auf jeden Fall hat man so die wichtigsten US-Aktien, zumindest 2000 Stück auf jeden Fall mit am Schirm. Genau. Ja, was macht DPA-AFX jetzt? Natürlich die wichtigsten und aktuellsten Nachrichten in Echtzeit aufzeigen. Wie zum Beispiel jetzt gerade, Was gab es denn hier zum Beispiel? OPEC Plus will Förderung stabil halten. Jetzt kommt rein eine Flash-Nachricht. 1746, Goldman belässt Software AG auf neutral 29 Euro. Ich kann dann sofort den Chart sehen, wenn ich es anklicke auf der rechten Seite. Die Aktie ist heute abverkauft worden, aber eventuell könnte das jetzt Intraday, naja, nein, Intraday nicht mehr, wir haben ja schon Handelsschluss, aber morgen vielleicht eine Erholung begünstigen, ist doch ein hohes Potenzial. Goldman Sachs bleibt auf jeden Fall noch optimistischer als die Investoren, das aktuell sind. Der große Vorteil aber auch, ich sehe hier sofort eingeblendet, Price Reactions. Wo gibt es die höchsten und, oder die, ja, auf Nachrichten bezogen besten und schlechtesten Kursreaktionen? Paletten heute zum Beispiel, 20% plus. Ich klicke einfach mal hier auf dieses Zeitungssymbol und sehe dann hier auch zum Beispiel diesen Nachrichten-Feed. Was ist passiert? Paletten, gut, das ist schon älter, hier muss ich schauen. Erster, Zweiter. Paletten vorbörslich 5%, Verluste gebremst, jetzt dann nochmal 8,4% plus von der DPA. Hier zum Beispiel hatte ich die Nachricht aber schon um 14.57 Uhr und konnte so vorbörslich auf diese Aktie, auf diesen Impuls aufmerksam gemacht werden. Es gibt hier einfach in absteigender Reihenfolge, ob positiv oder negativ, die größten Gewinner und Verlierer nach bestimmten Nachrichten, wenn man so möchte. Ich habe auch eine Microvision, ich habe eine Electronic Arts, die heute nachgibt, 12%. Also da sind durchaus auch Negativbeispiele drin. Ich kann natürlich auch Short-Trade starten, wenn Gewinnkürzungen oder Gewinnwarnungen verkündet werden. Seht ihr zum Beispiel bei einer Snap heute, sieben Nachrichten hat es da gegeben, die erkannt wurden. Ich kann da einfach mal auch draufklicken, bekomme sofort wieder den Chart geöffnet, sowohl Intraday als auch im Tageschart, zum Beispiel die letzten 6 Monate kann ich mir anzeigen lassen. Da sehe ich dann sofort auch Nachrichten, Snapchat steuert auf Umsatzrückgang zu, Aktie fällt, ausführlich erklärt, wie sieht es mit den Ergebnissen aus und so weiter. Man muss natürlich sagen, DPAFX berücksichtigt sehr gut eher die großen US-Aktien, sonst ist es aber sehr stark auf den deutschsprachigen Raum bezogen. Also eher so Aktien wie Software AG, wir haben da noch eher Aktien, ja natürlich noch wie eine AMD, ist vorhin auch im Chat angesprochen worden, auch ein gutes Beispiel vielleicht für einen Turnaround, Pivotal Newspoint, absolut richtig, vollkommen richtig erkannt. Ich klicke einfach wieder auf das Zeitungssymbol und zeige mir diese Nachricht an, heute schon um 11 Uhr am Vormittag, hat die DPA berichtet, Verbrauchermarkt schwächelt weiterhin, aber vor allem die Geschäfte mit Rechenzentren und Luft- und Raumfahrt und Autoindustrie laufen besser als erwartet und können das kompensieren. Die Aktie entwickelt sich gut, hat den Quartalsumsatz im Jahresvergleich um 16% gesteigert, 500 Millionen mehr als angenommen, Gewinn auch besser als erwartet und etc. etc. kann mir hier also sehr gut auch ein Bild machen. Also das sind auch durchaus Nachrichten, die wir natürlich auch in unseren Artikeln dann einbinden und die uns auch helfen, unser Research, unser Screening zu beschleunigen. So ist man wirklich optimal aufgestellt, sonst wie gesagt aber vor allem eher die deutschsprachigen Aktien. Und da habe ich aber jetzt nicht nur Quartalszahlen, die aufscheinen, sondern vor allem auch Analystenkommentare. Sehe so einfach wirklich, wo spielt heute die Musik, wo werde ich vielleicht auf neue Entwicklungen, auf neue Bullen oder schwache Aktien aufmerksam und kann dann auch mir rasch ein Bild machen und darauf reagieren. Also das auch sehr hilfreich. Die Konfiguration am Trading-Desk kann nicht reproduziert werden. Okay, das muss ich gleich mal versuchen zu widerlegen. Aber ich glaube, der dpafx-Profit ist jetzt auch mal klar. Ich kann natürlich auch zurückliegende Tage einblenden lassen. Das wird dann natürlich unübersichtlicher, weil einfach mehr Titel aufscheinen. Aber ja, nur heute hat man sofort, wenn man dieses Screening auch täglich durchführt, immer die aktuellsten Nachrichten sofort drauf. Okay, kann man nicht reproduzieren. Ich gehe nochmal zurück zu unserem Earnings-Desk. Den finde ich da jetzt abgespeichert. Kann also hier wieder auch zu meinen Pivotal-News-Points hinwechseln. Mach da vielleicht mal den Chart zu und möchte jetzt zum Beispiel diese 15 Tage haben wir vorhin eingestellt mit zumindest 3% plus nach den Quartalszahlen für eine deutsche Kursliste anwenden, ohne das neu eingeben zu müssen. Also wieder Listen. Ich denke mal, das wird so gemeint sein. Jetzt gehe ich hier auf Deutschland 500. Die 500 größten nach der Marktkapitalisierung. Mach die Liste ein bisschen größer. Konfiguration. Zahlen 15 Tage. Und es müsste jetzt hier auch sofort hier hineinladen. Kann gut sein, dass jetzt da gerade noch kein Treffer erkannt wird. Ich ändere einfach mal entsprechend hier die Parameter noch. Sagen wir mal die letzten 50 Tage. Genau. Also da gab es einfach in diesem Zeitraum entsprechende Reaktionen noch nicht. Da muss man sich dann einfach spielen mit den Filtern. Entsprechend einfach anpassen vielleicht, um da einfach eine größere oder kleinere Treffermenge zu bekommen. Aber man kann es schon mit wenigen Klicks auch wieder sofort quasi wieder auf neue Kurslisten auch anwenden. Genau. Also ich glaube, das war jetzt schon viel Input. Wie finde ich nachbörsliche Zahlen mit Kurslisten? Wie finde ich vorbörsliche Zahlen vor allem mit Kurslisten in Verbindung mit der Kalenderfunktion? Wichtig auch zu beachten, wenn ich ein solches Screening durchführe mit Pivotal News Points, so wie wir es hier machen mit der Spalte Letzter Bericht, dann scheinen die Titel auch erst am Folgetag auf. Das heißt, da muss natürlich erst diese Reaktion am Berichtstag stattgefunden haben, damit die Kursliste das erkennen kann. Das heißt, wenn heute eine Dynatrace 11% plus macht, dann wird sie morgen hier mit 11% plus Reaktion aufscheinen. Das heißt, hier noch nicht heute. Drum immer kombinieren, Kalender und diese Möglichkeit mit der Kalenderfunktion sehe ich heute vor allem Aktien, die jetzt gerade gut reagieren. Aber ja, so ist das einfach ein Screening, das sich sehr gut ergänzt, um hier immer die besten Entwicklungen auch am Schirm zu haben. Was brauche ich jetzt, um das machen zu können? Wo finde ich denn diese Angebote, von denen ich rede? Also ich gehe jetzt nochmal hier auf unsere Startseite, TraderFox Home. Da ist unsere Produktübersicht und ja, wenn man eigentlich sagt, mir reicht das, ich will nur selbst diese Kurslisten erstellen, den SignalTrader Pro nutzen können, also TradingDesk, SignalTrader Pro, dann ist das hier für 29 Euro im Monat mit dem Standard-Abo-Zug-Börsen-Software möglich. Es gibt dann auch weitere Tools wie das Charting-Tool, den Aktien-Screener und so weiter. Das sprengt jetzt natürlich komplett den Rahmen, wenn ich darauf eingehe und das ist dann auch zu viel und zu unübersichtlich. Ich werde dann nachher die Aufzeichnung hochladen auf YouTube, da werde ich diese Anleitungstools auch nochmal ergänzen und diese Tools auch wie gewohnt dann in weiteren Webinaren auch nochmal genauer vorstellen. Aber mit einigen Grundfunktionen, die wir jetzt gesehen haben, ist das alles hier in diesem Abo schon möglich. Wenn man sagt, nein danke, ich brauche selber keine Kurslisten, ich will einfach nur mitlesen, wo gibt es denn gute Zahlen, wo gibt es Chancen, ich brauche die Software nicht, dann ist man eher hier beim Trading Research aufgehoben. Da gibt es dann Artikel zu Deutschland und Europa, dem US-Aktienmarkt, Tech & Growth, wo eben auch jeden Montag um 12.15 Uhr mit mir ein Webinar stattfindet. Tech & Growth natürlich, Technologie und Wachstumswerte, also gerade jetzt in diesem Jahr vielleicht wieder spannend. Wie gesagt, Nasdaq mit der stärksten Januar-Performance seit 22 Jahren. Wenn die Zinsen jetzt nicht wieder komplett angehoben werden und die Inflation zurückkommt, dann könnte diese Rally auch weitergehen. Da gibt es viele spannende Trading Chancen, die wir uns immer wieder anschauen, kann man hier alles mit nutzen, ist aber mit 59 Euro teurer. Was man jetzt machen kann, darum habe ich vorhin gesagt, mein Tipp, Kombi-Agebot, 59 Euro im Monat, Kombi-Abo 2. Da ist sowohl die Börsensoftware drinnen, als auch Teile von Aktien Research. Man spart da im Prinzip 66% im Vergleich zum Einzelkauf, kann also die Kurslisten erstellen, Alarme nutzen und auch die Artikel mitlesen. So wie auch, wie gesagt, beim Webinar mit mir, Tech & Growth teilnehmen jede Woche, wo es auch Aufzeichnungen gibt natürlich. 12.15 Uhr am Montag hat nicht jeder immer Zeit. Aber das ist dann hier eine Kombination, also wirklich selbst screenen und dann vielleicht auch nachsehen, was findet die Redaktion von TraderFox, um sich da zusätzlich Inputs zu holen. Was steckt hinter diesen Kursanstiegen und wo sollte man jetzt genauer hinsehen? Ja, dann sind wir jetzt von der Zeit eigentlich wieder relativ gut hingekommen. Ich schaue noch mal kurz, ob es Fragen gegeben hat, sonst kann man die jetzt noch kurz stellen. Ich muss nur pünktlich um 18 Uhr Schluss machen, dann geht es nämlich mit dem nächsten Webinar ja weiter. Es bleibt spannend. Wo war der Kalender, ist noch mal gefragt worden, kann ich gerne herzeigen am Trading Desk. Hier oben neben dem Login-Logout-Button gibt es diese drei Balken, einfach mit dem Cursor drüber gehen und da findet man diesen Kalender dann. Also einfach drauf mit einem Linksklick und dann kann ich durchschalten, Events, Dividenden, also die Hauptversammlungen, gibt es Konjunkturdaten, die anstehen. Auch da zum Beispiel sehe ich heute FED-Zinssatzentscheidung 20 Uhr USA, 2030 dann die FOMC-Pressekonferenz, wo Paul natürlich dann darüber reden wird, wie geht es weiter. Auch das kann ich sofort hier erkennen. Also auch das sehr hilfreich. Estimates kann ich mir auch einblenden lassen, ja. Kalender und sehe es sofort hier auf Quartalsbasis und auf Jahresbasis, was wird erwartet für die nächsten anstehenden Zahlen. Wenn ich da ins Detail gehen möchte, einfach links klick zum Beispiel hier auf Deutsche Bank, dann geht auch die Infobox auf und da sehe ich dann auch die historische sowie auch die prognostizierte Geschäftsentwicklung. Analysten Konsens rechnet hier zum Beispiel mit Gewinn- und Umsatzsteigerungen und kann man da auch ein Bild machen, wie es da mit den Erwartungen genauer aussieht. Ja, wie sieht es mit dem KUVKGV aus? Da ist eigentlich das Aktienterminal dann sehr hilfreich. Das ist dann aber Teil des Morningstar-Datenpakets, wenn ich da zum Beispiel jetzt, was hatte ich da zuletzt offen? Vistion, auch so ein kleiner Geheimtipp, wo ich eine Long-Position habe, das muss ich kurz noch herzeigen. Das muss ich kurz noch herzeigen. Die habe ich heute auch wieder ausführlicher vorgestellt, hat mir im letzten Jahr schon ausführlicher auch am Schirm. Passt wieder gut zu elektrischem Fahren, autonomen Fahren, da gibt es jetzt sehr schön heute den Big Picture Breakout. Firmen wie GM sind Großkunden, Qualcomm wurde eine Kooperation gestartet, um Cockpits der nächsten Generation zu entwickeln gemeinsam, aber auch EWS ist mit Cloud-Diensten ein neuer Kooperationspartner. Genau, aber da kann ich mir zum Beispiel dann bei Vistion anzeigen lassen, wie sieht es mit dem KUV prognostiziert aus und dem KGV. Also da findet man das dann auch sehr übersichtlich eingeblendet. Wie wird das abnehmen bei Vistion? Sehr schön, da soll sich der Gewinn fast verdoppeln bis 2025 und dann sehe ich, das KGV nimmt nach diesem Geschäftsjahr von etwa 29 auf 13,7 ab, halbiert sich fast. Auch da sehe ich das sehr schnell auf einen Blick. Gut, dann, ja, ich muss rechtzeitig Schluss machen. Ich hoffe, es ist jetzt alles beantwortet worden. Ich hoffe, es war nicht zu schnell und zu viel. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie könnt ihr Pivotal News Points finden, warum macht das Sinn? Ich liebe diese Phase der Berichtssaison, weil da einfach die besten Trading Chancen entstehen. Man einfach auf völlig neue Storys auch aufmerksam wird und dann auch einfach Aktien findet, die unter dem Radar nach oben ziehen, die viele Anleger dann vielleicht erst viel später entdecken, wo der große Kursanstieg dann schon lange vorbei ist und oftmals findet man eben genau mit solchen Screenings eine neue Tesla, eine neue Netflix. Man muss einfach nur konsequent dieses Screening betreiben, dann wird man zwangsläufig auf solche Chancen auch aufmerksam. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, viele erfolgreiche Trades und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann, Servus! Servus! Servus!